Mehr als 27 Monate wird Russland Krieg gegen die Ukraine und wir wollen uns auch heute die militärische Lage im Land ansehen. Mein Name ist Julian Röpke und Sie sehen das Bildlagezentrum. Und wir beginnen erneut im Nordosten der Ukraine. Dort in der Region Charkiv versucht Russland seit zwei Wochen mittlerweile vorzudringen. Wie weit, was eigentlich die Ziele waren, das ist nicht ganz klar. Will man die Metropole Charkiv erreichen? Möchte man eine Pufferzone bauen, um die Ukrainer davon abzuhalten, sich in Russland und gegen Russland zu verteidigen? Das ist alles nicht ganz klar. Wir sehen aber auf jeden Fall, dass die Bemühungen Russlands dort sehr stocken und dass die Front auch dort nach anfänglichen Erfolgen, wir erinnern uns, innerhalb von zwei Tagen wurden dort mehr als zehn Dörfer eingenommen und wurde die erste Stadt angegriffen, dass diese Bemühungen dort sehr eingefroren sind. Wir schauen uns Bilder an aus Wovchans. Wovchans, eine ehemalige 19.000 Einwohner Stadt, die Russland als erste Stadt in der Region eben erobern wollte. Und wir sehen, dass weiterhin die Lage auch hier eingefroren ist. Etwa die Hälfte der Stadt ist unter russischer Kontrolle und etwa die Hälfte unter ukrainischer. Wir schauen uns Bilder an, die zeigen, dass Russland ja erst mal auch das Zentrum der Stadt, das urbane, also das städtische Zentrum der Stadt im Norden erobert hat. Und wir sehen hier ein Gebäude, was relativ markant ist. Dieses Gebäude ist das ehemalige Stadtregierungsgebäude. Das heißt, die Administration von Wovchans war hier untergebracht. Sie hat hier eben die Jahre vor dieser Invasion getagt. Und wir sehen, dass die Russen dieses Gebäude erobert haben. Und das sind ukrainische Aufnahmen, die uns Präzisionsangriffe auf dieses Gebäude zeigen. Und was hier benutzt wird, sind insgesamt vier Bomben. Wir sehen hier vier starke Explosionen in diesem Gebäude. Und das sind nicht irgendwelche Bomben, sondern höchstwahrscheinlich von Flugzeugen abgeworfen. Präzisionsbomben amerikanischer Bauart, die wir uns gleich am Ende auch einmal genau ansehen werden. Erstmal zur strategischen Lage in der Stadt. Russland hat sich also verschanzt im Zentrum. Russland versucht weiter vorzudringen. Aber wir sehen tatsächlich eine extrem festgefrorene Front. Und das schon seit über einer Woche. Und das auch innerhalb der Stadt. Denn Russland hat das große Problem, dass die Ukrainer mittlerweile massive Schlagkraft haben, um eben die Truppen hier anzugreifen. Und wir können das am Ende mal anhalten, denn wir haben uns die vermutlichen Waffen, die hier eingesetzt wurde, mal genau angesehen. Das sind GBU-39 Gleitbomben aus amerikanischer Produktion. Das heißt, auch ehemalige Freifallbomben, die aber dann ergänzt wurden um dieses System hier unten. Ich hoffe, man sieht es. Das sind die Flügel. Das heißt, diese Bomben bauen auch Flügel auf, wenn sie abgeworfen werden. Und sind dann auf 60 Kilometer Entfernung relativ genau, auf acht Meter genau und können 1,5 Meter dicken Beton durchbrechen. Das heißt, die Russen haben quasi keine Möglichkeit mehr, sich in zivilen Gebäuden. Und die erobern sie ja in Wovchans zu verstecken, weil die Ukrainer jetzt mittlerweile Waffen haben, um eben hier anzugreifen. Und interessanterweise sehen wir, dass diese beiden Waffen hier angebracht sind über eine Art Adapter. Den sehen wir hier oben. An einer MiG-29. Das heißt, an einem ukrainischen Flugzeug. Das heißt, hier gibt es eine sehr innovative Kombination von amerikanischen Bomben und ukrainischen Flugzeugen, die zusammengepackt wurden. Und wir sehen es hier. Einer dieser Waffenpots, das sind zwei Bomben dran. Auf dem anderen Flügel sind nochmal zwei. Das heißt, eine MiG-29 kann vier Stück davon transportieren und dann eben aus einer Entfernung von bis zu 60 Kilometer eben ganz genau abwerfen. Und genau das wahrscheinlich sehen wir hier. Nämlich diese vier Einschläge dieser GBU-39 Gleitbomben, die jetzt hier auf dieses Gebäude geworfen werden. Das Ganze, ja, für die Russen sehr problematisch, weil man findet eben keinen Ort mehr, um sich zu verstecken und weil diese Bomben eben, weil sie mit so einer Kraft auch anfliegen und einschlagen, viel, viel stärker sind als beispielsweise 155 Millimeter Artillerie der Ukrainer. Wir wollen jetzt weitere Aufnahmen ansehen aus ganz in der Nähe und zwar aus Tiere. Und Tiere ist ein Dorf etwas weiter östlich von Wovchansk. Und dort sehen wir hier ukrainische Pioniere bei der Arbeit, beziehungsweise eigentlich sogar eine weißrussische, eine belarussische freiwillige Einheit, die für die Ukraine kämpft. Und die verminen jetzt hier eine Brücke. Das heißt, man versucht dort, den Russenvormarsch auch zu stoppen, indem man tatsächlich auch die Infrastruktur, die, ja, an sich zivile Infrastruktur. Die Russen müssten diese Brücke nutzen, um über die Wovcha hier zu kommen. Diesen kleinen Fluss, die wird zerstört, ganz systematisch, um die Russen eben bei ihrem kleinen, ja, in ihrem kleinen Brückenkopf zu halten, den sie hier nördlich von Wovchansk in dieser Region aufgebaut haben. Wir sehen jetzt hier, wie die Pioniere nach hinten laufen, wie das Kabel hier verlegt wird und wie dann die, wahrscheinlich M62-Minen, die da eben gerade verlegt wurden, auf dieser Brücke detoniert werden, so dass den Russen eben die Möglichkeit genommen wird, über diese Brücke weiter vorzudringen und sich weiter tiefer in ukrainisches Gebiet hinein zu bewegen. Wir sehen jetzt, die Vorbereitungen sind abgeschlossen und dort jetzt die Explosion. Das heißt, die Brücke wird in dem Moment rasch zerstört und diese Pioniere sind eben ganz schnell rein und raus. Das heißt, man hat das eben wirklich, ja, quasi im Zeitraffer gemacht. Man hat diese Brücke zerstört und dann werden die leichten Geländewagen wieder benutzt, die wir hier haben und man entfernt sich möglichst schnell wieder von der Front. Denn wir wissen natürlich, auch wenn hier noch keine russischen Soldaten sind, die russischen Drohnen überwachen das Ganze aus der Luft und können relativ schnell eben auch Ukrainer daran hindern, hier die Brücken zu zerstören. Wir schauen uns das, wie gesagt, noch mal auf der Karte an, um zu verstehen, womit wir es zu tun haben in der Region. Und man sieht jetzt, wir fangen mit Tieren mal an, dieses kleine Dorf, was sich eben hier etwas weiter östlich von Wolfshans befindet. Das heißt, dieses Dorf ist teilweise unter russischer, teilweise unter ukrainischer Kontrolle. Und wir haben es eben gesehen, die Ukrainer machen viel dafür, inklusive Zerstörung auch leider der eigenen Brücken, um die Russen davon abzuhalten, hier weiter vorzubringen. Aber auch wenn wir uns Wolfshans selbst ansehen, die Stadt hier, dann sehen wir, dass es immer noch nicht viel mehr als 50 Prozent sind, die eben unter russischer Kontrolle sind. Die Russen haben es nicht geschafft, die Wolfshans zu erreichen, diesen kleinen Fluss. Es gibt weiterhin Kämpfe im Norden der Stadt. Und wir sehen eben auch, dass der gesamte Süden der Stadt, der ist ländlicher geprägt, muss man sagen, aber ist eben auch größer von der Fläche her, dass der weiterhin unter ukrainischer Kontrolle ist. Das ist also die Situation in der Region Charkiv im Norden des Landes. Und eine weitere Situation müssen wir uns leider ansehen, nämlich während wir uns in den letzten zwei Wochen so sehr auf Wolfshans konzentriert haben und so sehr eben auch dort die Kampfbemühungen uns beider Seiten angesehen haben, haben die Russen woanders die Initiative ergriffen und haben eine Stadt, die sie schon seit etwa zwei Monaten eroberten wollen, mittlerweile zu mehr als der Hälfte eingenommen. Wir sprechen von Krasnohurivka, einer ehemaligen 16.000 Einwohner Stadt in der Nähe von Donetsk. Und wir sehen hier einmal mehr, dass die Russen ja kaum Bemühungen scheuen, um diese Stadt zu erobern. Hier sehen wir einen großen Konvoi von fünf bis sechs gepanzerten Fahrzeugen. Einmal mehr diese Panzerschildkröten, wenn man so möchte, die eben die Infanterie transportieren soll, vorne begleitet von Hauptkampfpanzern. Und die fahren jetzt hier nach Krasnohurivka hinein. Und wir sehen leider an diesen Aufnahmen, dass sie es geschafft haben, genau ins Stadtzentrum zu fahren. Ich würde das mal kurz einmal stoppen, um das Ganze zu sehen. Die Hauptstraße von Krasnohurivka von Osten kommt, bewegt sich hier in die Stadt. Auf der rechten Seite, also auf der südlichen Seite haben wir eher die ländlichen Gebiete, hier aber die großen Wohnblocks von Krasnohurivka. Und wir sehen jetzt gleich, wie die Russen dort offenbar Fuß gefasst haben. Das heißt, während wir hier sehen, wie gesagt, eine große Hauptstraße. Die Häuser hier haben etwa sechs, sieben Stockwerke. Hier unten sieht man das. Einige haben auch mehr als zehn Stockwerke. Und diese Straße scheint nicht mehr sicher zu sein. Das heißt, die Ukrainer scheinen dort auch, wenn man sieht, wie die russischen Panzer sich hier rein und raus bewegen, wie natürlich überall Explosionen stattfinden, aber wie russische Panzer und Schützenpanzer hier ihre Infanterie absetzen können, dann scheinen die Ukrainer tatsächlich nicht mehr, die Kontrolle über das Zentrum von Krasnohurivka zu haben. Wir zoomen gleich ein bisschen raus, um das Ganze noch besser zu verstehen, um auch zu verstehen, von wo die Russen gerade kamen. Ich glaube, jetzt sieht man es ganz gut. Das also, noch mal ganz gut zu sehen hier, wie gesagt, die Hauptstraße, die führt nach Donetsk, beziehungsweise die kommt von Donetsk, ja bereits seit 2014 die Metropole besetzt von Russland. Und hier sind die Russen reingefahren. Und diese großen Häuser, wenn wir die uns hier ansehen, die waren halt bis vor kurzem noch, ja, Schwerpunkte der ukrainischen Verteidigung, von wo aus man eben versucht hat, dass die Russen eben nicht ins Zentrum der Stadt vordringen können. Das sind jetzt aber gelungen und wir sehen hier, wie sie im Zentrum aktiv sind. Wir sehen hier links auch noch mal, ich gehe mal ganz zur Seite, auf weitere Wohnviertel. Das heißt, das ist auch eine relativ große Stadt gewesen. Und jetzt sehen wir das, was wir auch so oft schon erkannt haben. Nachdem die Infanterie abgesetzt wurde, ziehen sich die Russen jetzt wieder zurück. Das heißt, man will möglichst viele Soldaten immer wieder in diese Stadt bringen. Und das gelingt auch immer besser. Am Ende sehen wir leider auch Aufnahmen aus dem Zentrum der Stadt und zwar von einer Schule. Eine Schule, die erst vor wenigen Jahren neu saniert wurde, auch mit westlichen Geldern. Und diese Schule, wir sehen es jetzt hier, steht mittlerweile offenbar auch unter russischer Kontrolle. Die Russen haben es sogar geschafft, hier hochzuklettern, diesen riesigen Mast, was ja auch uns auch immer zeigt, dass es keine ukrainischen Soldaten und Scharfschützen mehr in der Nähe gibt oder Drohnenpiloten, die das eben verhindern würden. Die Russen haben es also geschafft, da hochzuklettern und oben auf der Schule diese Fahne anzubringen, die Trikulore, die russische. Und wenn wir gleich rauszoomen, dann sehen wir auch, dass es eigentlich ja ein sehr modernes Gebäude war. Ich glaube, man kann es kurz ein bisschen länger laufen lassen, dass wir also sehen, dass eigentlich hier der alte Sportplatz hier oben durch einen neuen mit Kunstrasen hier erweitert wird und dieses Schulgebäude eigentlich auch sehr modern war und sehr modernisiert, weil jetzt natürlich nur noch aus Trümmern besteht, weil Russland eben einmal mehr zeigt, dass Befreiung auf Russisch eben Vernichtung ukrainischer Städte heißt, wenn die Ukrainer sich nicht freiwillig dort zurückziehen. In Krasnoy Rivka machen sie das nicht und insofern sehen wir hier die schwierige Situation, dass Krasnoy Rivka mittlerweile auch eine weitere Stadt ist, wo die Ukrainer eben nicht so viel Anstrengung auch reinstecken, wo sie einfach nicht die Möglichkeit haben, parallel zu Rakiv, parallel zu Chassifjah und zu vielen anderen Orten auch noch hier eine starke Verteidigung zu organisieren und insofern ist es hier den Russen gelungen, relativ weit vorzudringen. Wir schauen uns das Ganze auf der Karte an, um zu verstehen, was das Ganze eben für die Stadt, für die Umgebung bedeutet. Wir sehen, wir zoomen rein in die Region Donetsk und das hier ist dann Krasnoy Rivka. Was wir gerade gesehen haben, wir können es nochmal uns ansehen, ist eben die Hauptstraße aus Donetsk. Die kommt hier rein ins Zentrum. Da haben wir gerade die Russen gesehen, wie die Panzer eben vorgedrungen sind, die Infanterie abgesetzt haben, wieder zurückgefahren sind. Und die Schule, die wir gesehen haben, ist tatsächlich hier genau im Zentrum der Stadt. Das heißt, das ist eine Schule, wenn man die kontrolliert, dann ist man im Zentrum mehr zentral, geht nicht. Und wir sehen, dass etwa 60 Prozent der Stadt, wenn wir das mal vielleicht noch mit einer anderen Farbe markieren, dass etwa 60 Prozent der Stadt bereits unter russischer Kontrolle stehen, während die Ukrainer noch ungefähr 40 Prozent der Stadt hier oben haben. Aber das wie gesagt Gebiete, die eben erneut viel ländlicher sind. Das heißt, das Zentrum ist hier bereits unter russischer Kontrolle. Das Ganze ein großes Problem für die Ukrainer, eben weil sie nur geringe Ressourcen haben, weil man die aufteilen muss, weil man nicht die gesamte Front auf einmal verteidigen kann. Und die Russen haben eben aktuell ja um die fünf bis sechs Angriffsrichtungen, wo man eben jeden Tag neue Truppen, neue Panzer reinwirft. An einigen Stellen, wir haben es eben gesehen, in Rakiv kann die Offensive der Russen gestoppt werden. An anderen Stellen hier im Zentrum von Donetsk fällt es den Ukrainern wesentlich schwerer. Wir gehen weiter nach Chassifjahr, eine weitere Stadt, die Russland unbedingt erobern will, etwas weiter nördlich. Und wir schauen uns das Ganze erst mal im Video an. Denn in Chassifjahr setzen die Russen wie an vielen anderen Fronten und darum soll es jetzt gehen, ihren eigentlich besten Panzer ein, nämlich den T-90M. Spitzname Durchbruch, also ein Panzer, der direkt dazu gebaut wurde, eben die Front zu durchbrechen. Hier sehen wir diesen Panzer, der sich Chassifjahr nähert, aber in dem Fall eben völlig anders als eben. Nicht etwa wieder, dass die sechs Panzer ankommen und auch die Stadt erreichen, sondern dieser Panzer wird nicht nur überwacht von den Ukrainern, sondern er wird auch angegriffen während seiner Fahrt. Der T-90M, wie gesagt, ein sehr moderner Panzer, von dem ungefähr 50 im Jahr neu gebaut werden. Allerdings werden auch viele modernisiert aus den 80er Jahren, sodass Russland auf eine Produktion von etwa 160, 180 Panzern im Jahr kommt. Das ist eine ganze Menge, inklusive der eben Erneuerten. Und wir sehen deshalb auch, wie wichtig es den Ukrainern ist, diesen Panzer auszuschalten. Der T-90M hat sich hier genähert, steht jetzt hier ganz kurz vor Chassifjahr vor der Grenze und wurde dann aber immer wieder angegriffen von ukrainischen Kamikaze-Drohnen. Das heißt, während wir eben gesehen haben, da waren es sechs Stück, von denen es tatsächlich alle sechs auch in die Stadt geschafft haben nach Krasnur-Rivka, ist es jetzt hier einer, mit dem man versucht nachzulegen, nachdem man da hunderte verloren hat schon. Und dieser eine wurde auch immer wieder angegriffen. Jetzt sehen wir hier auch einen weiteren Anflug einer ukrainischen Drohne, um mal wieder zu zeigen, auch das ist tatsächlich eine relativ große Stadt. Auch das sind diese Wohnblöcke, die wir gerade gesehen haben, jeweils, wenn wir gucken, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stockwerke. Und dort ist es eben so, dass die Russen schon relativ nah dran sind und nach einigen Angaben auch jetzt eben sehr gut eben dieses Kanalfiertel zum Teil besetzt haben. Der Panzer ist, wenn ich mich nicht irre, irgendwo hier gerade hängen geblieben. Das heißt, ganz kurz vor dem Erreichen der Stadt wurde er offenbar von einer Mine getroffen. Und jetzt versuchen eben die Ukrainer mit verschiedenen Kamikaze-Drohnen, dem ein Ende zu bereiten, damit er eben nicht mehr abziehen kann, damit die Russen damit nichts weiter mehr machen können. Wir haben es eben schon gesehen, die ersten Angriffe, aber die Ukrainer wollen ja immer auf Nummer sicher gehen. Und deshalb sehen wir jetzt hier, wie weitere Kamikaze-Drohnen eben in diesen Panzer hineinfliegen, in der Hoffnung, dass er dann eben auch nicht mehr nachts geborgen werden kann. Aber der T-90M ist eben Russlands bester Panzer. Man muss es ganz klar sagen, es gibt an sich noch den T-14 Armata, der schon seit, ich glaube, seit 15 Jahren fast vorgestellt wird auf russischen Waffenmessen. Der ist aber nie an der Front erschienen, was darauf hindeutet, dass der ganze Panzer eben ein Propagandaprojekt ist, was einfach nicht in die Realität umgesetzt werden kann. Also obwohl man den immer wieder gezeigt hat, obwohl man schon damals bei der Krim-Annexion eben gezeigt hat, im Fall der Fälle hätten wir einen allen westlichen Panzern überlegenen Panzer T-14 Armata. Der ist bis heute nicht einmal in der Ukraine aufgefallen und wurde nie eingesetzt. Stattdessen ist es immer wieder dieser T-90M, der in den 80er Jahren entwickelt wurde, aber eben, man hört es am M, schon modernisiert wurde und mittlerweile eben auch relativ modern ist. Aber, und das zeigen uns all diese Bilder, dieser T-90M ist offenbar für die ukrainischen Kamikaze-Drohnen kein großes Problem, wenn sie denn da sind. Man muss es immer ganz klar sagen, wir haben es eben gesehen, auch ältere Panzer sind natürlich ein riesiges Problem, wenn keine Kamikaze-Drohnen und keine Artillerie da ist. In Krasnur-Rivka beispielsweise, dann fahren auch schlecht gepanzerte Fahrzeuge, die wesentlich älter sind, erfüllen ihre Mission und fahren eben die Infanterie dahin, wo sie sollen und ziehen sich dann auch wieder unbeschadet zurück, um am nächsten Tag wieder Infanterie zu bringen. Was wir hier haben, ist ein weiterer T-90M und wir sehen, dass die Ukrainer regelrecht Jagd darauf machen. Auf der einen Seite natürlich die Russen, die diesen T-90M an die Front holen, weil sie ihm eben am meisten vertrauen. Sie haben keinen besseren Panzer, sie sagen auch ihren Soldaten immer wieder, das ist das Beste, was ihr kriegen könnt. Auf der anderen Seite sehen wir aber praktisch, dass die T-90M den Drohnen ziemlich schutzlos ausgeliefert sind, wenn sie keine funktionierenden Störsender haben. Wir erinnern uns vielleicht, zum Anfang des Jahres hat Russland auf alle möglichen Panzer diese riesigen Störsender drauf gebaut. Das heißt, man hat dort ja ganz verschiedene Systeme getestet. Man hat gesagt, jetzt seid ihr sicher. Russland hat damit aufgehört. Grund wahrscheinlich, die haben alle nicht funktioniert. Kein einziger dieser Störsender, die eben drauf montiert wurden, auf die Panzerschildkröten und so weiter, hat wirklich die ukrainischen Drohnen abgehalten. Wir sehen diesen Panzer, die er in der Nähe von Solovyove fährt. Wir schauen uns das auch gleich auf der Karte an, in der Nähe der Stadt Otscheretüne und Avdivka. Und wir sehen aber, wie die Ukrainer eben jagen. Und jetzt können wir mal ganz kurz zurückgehen, wie also sich schon während der Fahrt in Richtung Sokil sich hier eine weitere Kamikaze-Drohne nähert. Da ist die allererste. Die versucht jetzt gleich, den Panzer hier von hinten zu treffen. Und es gelingt ja auch relativ gut. Allerdings ist es ein relativ starker Panzer, weshalb man eine ganze Menge von Drohnen braucht, um den auszuschalten. Das heißt, noch fährt er weiter. Wir haben jetzt die nächste Drohne. Ein ganzer Drohnenschwarm verfolgt diesen Panzer, der jetzt hier unkontrolliert seinen Turm dreht. Und ein bisschen symbolisch sagen zumindest die Ukrainer, er kommt hier genau vor einem Willkommen in der Ukraine-Schild stehen. Da mit der ukrainischen blau-gelben Flagge. Kommt dort zum Stehen und hat jetzt offenbar so ein großes Problem, dass er nicht weiterfahren kann. Die Ukrainer gucken sich das Ganze erneut hier an. Wir sehen das jetzt hier, dass weitere Drohnen sich vorbereiten. Und wie gesagt, das Ganze gerade von den Ukrainern, die feiern das sehr extrem symbolisch. Denn wir haben hier dieses Schild von wegen Willkommen in der Ukraine. Hier geht es nicht weiter. Obwohl hier jemand den tatsächlichen Ortsnamen abgebaut hat. Vielleicht die Russen aus Propaganda gründen, vielleicht auch die Ukrainer, um eben den Russen einfach nicht so klar zu machen, wo sie gerade sind und wo es weitergeht. Und jetzt sehen wir aber hier, wie diese weitere Quadrocopter-Drohne das Ganze untersucht, sich genau ansieht. Wo ist die Schwachstelle? Wo könnte es weitergehen? Und wir sehen dann gleich wie so auf diesen sehr geplanten Anflug. Auch die Qualität hier einmal so gut, dass man auch darunter sogar die Granate sieht. Das heißt, darunter dieses kleine weiße, das ist die Panzerfaustgranate, die hier zum Einsatz kommt. Und dann sehen wir auch gleich, wie eben dieser Anflug eben darin mündet, dass hier ein sehr erfolgreicher dritter Schlag auf diesen Panzer durchgeführt wird, der dann an dieser Stelle aufhört, für die Russen relevant zu sein und auch für die Ukrainer eine Gefahr darzustellen. Solovyove, haben wir gerade gesagt, ein kleines Dorf, in dem die Russen versuchen, jeden Tag weiter vorzudringen. Das ist ihre eine Angriffsrichtung eben zwischen Avdivka und Otscheret-Hüne. Und wir sehen jetzt aus dem gleichen Ort, auch wo wir gerade eben diese Aufnahmen gesehen haben, dass natürlich nicht nur T-90M eingesetzt werden, sondern auch zahlreiche andere Fahrzeuge. Aber auch die werden, wir sehen es hier immer wieder von den Ukrainern angegriffen und da kommt es dann auch zu Unfällen und so weiter. Und wir sehen einfach mal dieses schiere Maß an zerstörten Fahrzeugen bereits. Man rechnet damit, dass in Solovyove etwa zwischen 50 und 80 russische Panzer und Schützenpanzer bislang zerstört wurden. Und die Russen haben es nicht geschafft, von dort aus weiterzukommen. Das heißt Sokil, wir sehen es gleich auf der Karte, Sokil, das nächste kleine Dorf ist weiter unter ukrainischer Kontrolle, weil die Russen trotz des massiven Einsatzes von T-90M, wir haben jetzt eben T-80 gesehen, wir haben T-72B-3M gesehen, auch sehr moderne Panzer, dass sie es nicht geschafft haben, dieses ganze Dorf hier zu erobern. Stattdessen sehen wir, wie das Dorf von ukrainischer Artillerie und ukrainischen Kamikaze Drohnen ja tatsächlich die regnen, wenn man so möchte, runter auf die ganzen Panzer hier, auf die Russen. Und dementsprechend tödlich wurde das dann für die russischen Invasoren, die versuchen hier weiter vorzudringen. Wir schauen uns das Ganze kurz auf der Karte an, um zu sehen, dass das eben eine Richtung ist, wo die Ukrainer das Ganze sehr erfolgreich machen. Also im Gegensatz nochmal zu dem ersten, was wir vorhin gezeigt haben, das ist eine Richtung, wo sehr fähige Einheiten, unter anderem die 47. mechanisierte Brigade hier unterwegs ist und wo man es eben schafft, die Russen immer wieder aufzuhalten und ihnen kaum noch Fortschritte zu gönnen. Wir erinnern uns, hier unten ist Avdivka, die Stadt, die im Februar, wenn ich mich nicht irre, komplett erobert wurde von den Russen nach etwa fünf Monaten massiver Kämpfe. Und ja, das haben die Russen seitdem beschafft. Es sind insgesamt, hier oben haben wir den Maßstab, es sind insgesamt ungefähr zehn, 15 Kilometer, die man vordringen konnte seitdem. Solovyove, das waren die ganzen Aufnahmen, die wir gerade eben gesehen haben. Dort wurden die ganzen Panzer zerstört, wie gesagt, zwischen 50 und 80, das ist nicht ganz klar. Und hier ist das nächste kleine Dorf, das können wir mal vielleicht in blau markieren, das ist eben Sokil. Das heißt, da sitzen gerade die Ukrainer und versuchen eben, den russischen Vormarsch zu verlangsamen zumindest und eben maximale Preise oder den maximalen Preis die Russen bezahlen zu lassen dafür, dass sie weiter vordringen wollen. Und wenn wir vorhin gesagt haben, dass Russland im Jahr inklusive der gesamten Modernisierung vielleicht 100 bis 150 T90M herstellt, dann sind drei, vier Zerstörte davon am Tag tatsächlich eine ganze Menge. Dann ist das so, dass die Russen vielleicht auch das nicht ewig durchhalten können. Zumal ich meine, man ja nicht vergessen darf, dass das nur 50 neue im Jahr produziert werden. Das heißt, die ganzen Instandgesetzen aus den 80er Jahren, aus den 90er Jahren, die sind irgendwann einfach alle, die kann man nicht mehr in den Stand setzen, wenn die eben zerstört wurden, sondern nur noch von Null bauen. Und das wäre dann tatsächlich eine Zahl, die vielleicht überschaubar ist, wenn man das dann durch Zwölf rechnet, ist das eben wirklich nicht mehr viel, was die Ukrainer pro Monat zerstören müssen. Eine Zahl, die sie aktuell vielleicht in drei bis vier Tagen zerstören. Das ist die Situation nördlich von Avdivka, wo die Russen versuchen, weiter vorzudringen. Wir schauen uns noch zwei Aufnahmen an, nämlich einmal eine sehr, ja, eine sehr augenöffnende Aufnahme aus der Region Kursk. Kursk ja in Russland, ein Grenznahmesgebiet zur Ukraine. Und hier hat offenbar ein Zivilist festgestellt, dass eine ziemlich große Drohne abgestürzt ist. Und wenn wir uns das Ganze genau ansehen, dann ist das keine russische Drohne, keine ukrainische Drohne, sondern es ist eine sehr moderne Mohajer-6-Drohne aus dem Iran. Und diese große iranische Drohne, mehrere Meter lang, man sieht es hier, also größer als ein Mensch in jedem Fall, wird seit 2017 im Iran hergestellt, seit 2019 im aktiven Dienst der Iraner. Und ganz offenbar geht die Waffenfreundschaft zwischen den Mullahs und Russland so weit, dass diese Drohne nicht nur nach Russland geliefert wird, um die Ukraine anzugreifen, sondern auch, dass die modernsten iranischen Raketen dazu geliefert werden. Beziehungsweise nicht Raketen, sondern Gleitbomben. Was wir hier sehen, ist eine iranische Gleitbombe, wir schauen uns das gleich nochmal ganz genau an, vom Typ KM-5. Und diese wurde noch nie gesehen in Russland, noch nie gesehen in der Ukraine. Das heißt, während vor einem Jahr schon mal eine Mohajer-6-Drohne abgeschossen wurde, man wusste also, dass Russland die benutzt, ist die Bewaffnung hier was ganz Neues. Und wenn man so möchte, Breaking News, denn das bedeutet, dass eben diese Waffen, diese KM-5-Bomben jetzt zum ersten Mal benutzt werden. Nochmal ganz kurz, um das Ganze zu vergleichen. So sah die also abgestürzte aus. So sieht die Mohajer-6 aus in der Realität im Iran. Und was wir hier sehen, sind dann eben diese Waffen, diese Bewaffnungen. Und diese KM-5-Bomben sind so modern, dass sie tatsächlich mit einer Live-Überwachung ein Videobild eben geben, dem jeweiligen Operateur. Und der hat eben die Möglichkeit, hier den Kurs zu korrigieren, während er den Anflug hat. Sieht das Ganze live auf einem Bildschirm und kann dementsprechend dann diese Gleitbombe eben so steuern, dass sie auf wenige Meter genau auch ihr Ziel trifft. Das Ganze, wie gesagt, hier nochmal im Vergleich, um zu sehen, was sind das für Waffen, um das auch zu belegen. Das sind wirklich die modernsten iranischen Waffen, die jetzt hier in Russland eingesetzt werden. Das heißt, die Freundschaft, die Waffenbruderschaft, die man hat zwischen Russland und dem Iran, ist ungebrochen und geht jetzt so weit, dass man eben sogar die Drohnen, die man bekommen hat, wir erinnern uns, Russland hat ja auch tausende Shahid-136 und Shahid-131 Kamikaze-Drohnen aus dem Iran bekommen, dass das jetzt sich auch ausweitet auf eben solche Kampfdrohnen mit sehr moderner Bewaffnung. Als allerletztes wollen wir uns einen erneuten Fehler ansehen russischer Truppen im kleinen Dorf Beristove. Dort ist es einmal mehr so, dass Russlands Soldaten, wir sehen es hier im Zeitraffer, sich ein Haus ausgesucht haben in einem gerade erst eroberten Dorf, Beristove, also jetzt auch teilweise unter russischer Kontrolle, was eben als Kommandopunkt offenbar, als Krankenhaus und dazu auch noch als Munitionsdepot herhalten musste. Und das tatsächlich in dem Fall sehr, sehr kompliziert für die Russen und sehr tödlich für die Russen. Wir haben gerade gesehen, dass ungefähr zehn Soldaten da reingegangen sind und jetzt sind es die Ukrainer, die eben mit einer Kamikaze-Drohne das Haus angreifen. Womit sie rechnen konnten, war mit einer kleinen Explosion, vielleicht mit Verletzungen innerhalb dieser, oder Verwundungen innerhalb dieser Truppe, die wir gerade gesehen haben. Aber wir sehen das jetzt mal, lass uns einfach mal laufen und sehen, dass die kleine Explosion, da ist sie, die kleine Explosion, die die Drohne hervorgerufen hat, einige Sekunden später eine massive Explosion des gesamten Gebäudes hervorruft, wo die gesamte Munition, die darin gelagert war, offenbar sind es Minen gewesen, in alle Richtungen explodiert. Und das Ganze hat dann für den Fall, dass die russischen Soldaten, die wir gerade eben reingehen gesehen haben, noch drin waren, höchstwahrscheinlich auch fatale Folgen für alle Menschen, die sich in diesem Haus befunden haben. Insofern ein Fehler, den die Russen schon öfter begangen haben, wenn man glaubt, ein sicheres Haus gefunden zu haben in einer Stadt oder in einem Dorf, dann geht man eben da rein und benutzt das dann für alle möglichen Zwecke. Wenn die Ukrainer so etwas sehen, nutzen sie es natürlich gnadenlos aus. Das heißt, die Situation, die wir sehen, ist sehr komplex, sehr unterschiedlich. Wir haben die Region Charkiv, wo der russische Vormarsch gestoppt werden konnte, wo auch Wovchansk als einzige Stadt weiter umkämpft ist. Und wir haben auch die Region Donetsk, wo die Russen an einigen stellen, massive Verluste erleiden und gar nicht vordringen. Und an anderen Stellen, wie in der Stadt Krasno-Rivka kurz davor sind, eine weitere Stadt ja nicht nur dem Erdboden gleich zu machen, sondern schlussendlich auch unter ihre Kontrolle zu bekommen.